Ja, auf jeden Fall komme ich hier mit ganz schön viel Eisenerz raus, muss ich sagen. Ich habe jetzt in meiner Box 28 Stück von denen. Und für manche sagen, brauche ich 10. Von daher ist es schon gut, das Zeug zu haben. Ist hier noch Erz bei dir? Ansonsten geh mal in ein anderes Gebiet. Ja, doch. Ich habe hier noch was. Zwei Vorkommen direkt nebeneinander. Bei mir ist hier nur eins. Ich gehe wieder Käfer. Also bei Käfern ist es eigentlich ganz praktisch, wenn du bei der Farm schon Käfer anbauen kannst. Ja, das geht. Käfer züchten. Hey, ich habe Macherlis. Ja, eins bringt nicht viel. Oder? Brauchst ja nur eins noch. Ja, ich brauchte nur eins. Aber drei von diesen Dingen, glaube ich, war das. Ja, große Jaggi-Claun. Ja, hoffentlich droppt der jetzt dann. Ah ja, wenn du dann Käfer züchten kannst, dann ist es ziemlich gut, wenn du Geld verdienen willst, wenn du Götterkäfer züchtest. Die geben schon eine Menge Geld. Ich würde mal sagen, wir jagen jetzt erstmal diesen Jaggi. Ja. Wenn ich ihn erspähen kann. Ähm, Gebiet 7 ist heute gerade. Schön. Ich sehe die nicht. Gut. Ich glaube, ich werfe jetzt erstmal einen Fahrball auf den, damit ich es auch sehen kann. Ah, der läuft da. Der läuft weg. Der hat mich bemerkt. Der kriegt einen Fahrball ins Gesicht. Der geht auf mich. Also das Angriffsmuster von dem ist ziemlich leicht zu durchschauen. Achtung. Du bist mal im Angriff ausgewichen. Ja, echt? Ja, du. Achtung. So, das macht auch nochmal in die andere Richtung, ne? Also das nicht. Diesen Stoß, der haut dich nur ziemlich weit weg und macht dir ziemlich viel Schaden. Jetzt holt er sich wieder kleine Jaggis zur Hilfe. Wenn wir nicht kommen würden. Hat aber keinen Mangel. Achtung. Ich finde, die kleinen Jaggis können schon ziemlich nerven in so einem Fight. Boah. Ich bin gekommen. Achtung, andere Richtung. Oh. Yay. Oho. Achtung. Boah, wie er seine eigene Horde wegkommt. Achtung, er beißt nochmal in die gleiche Richtung. Also immer, wenn er so nach vorne schnappt. Dann macht er, sofern irgendjemand noch in der Nähe ist, so einen Kegel vor ihm oder so, ähm, schnappt er dann nochmal. Und kann zum Teil auch einen ziemlichen Satz nach vorne machen. Geht's mit der Kamera mit der Reine? Ja, läuft. Da wir zu zweit sind, habe ich nur noch sechs Erste-Hilfe-Nach-Arts. Äh, sechs Erste-Hilfe-Arts. Nein. Dann habe ich auch noch. Jetzt habe ich nur noch fünf. Moment, ich lege mal Fleisch. Vor seine Lieblings-Fluchthöhle. Ich habe wieder irgendwas kaputt gemacht. Moment, ich schaue mal, was ich jetzt gerade. Ich bin ein Ziel erfüllt hat. Ich verletze den Großjagel-Kopf. Achtung. Achtung, es dürfte irgendwas an seinem Kopf zu sehen. Ach ja, die Mähne ist ein bisschen zerflettert. Wenn man genau hinschaut. Äh, da kann ich jetzt nicht drauf geachten, nicht zu gehen. Ja, aber an sowas sieht man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Monster später fangen muss, könnte ich jetzt auch die Quest annehmen, ähm, sieht man auch, wann sie geschwächt sind. Zum Beispiel, schau ihn dir an. Jetzt steht da schon eine lange Zeit auf einem Fleck und knurrt und sabbert. Oh, jetzt, Entschuldigung. Es wäre schon fast der Zeit, mit ihm zu fangen. Wenn er jetzt noch wegrumpelt. Oder er frisst mein Fleisch. Er frisst mein Fleisch! Schau ihn dir an. Ich habe ihn schon gegiftet. Ich muss jetzt nochmal Fleisch an. Tschuiiii, und er flog sich ab. Entschuldigung. Oh, vielleicht. Hey, du hast ihm Schaden gemacht. Er hat zusammengezuckt. Aber mittlerweile geht es echt so ein bisschen, mit der Kameraführung auch. Ja, ist sehr wichtig. Vor allem in späteren Kämpfen. Ist doch nicht treffig. Achtung, er beißt noch mal. Oh, tut. Oh, gut, dass es keinen Schaden an die eigenen Mitspieler macht. Ja, das wäre echt böse. Entschuldigung. Au. Hoffentlich frisst er jetzt mein Fleisch, weil dann haben wir ihn erhuntet. Nein, er flüchtet. Oh, er hat kommst du richtig. Ich sehe es. Ich habe jetzt meine Karte nicht dabei. Die habe ich jetzt seit ein paar Items weggeworfen. Und jetzt habe ich den Punkt in einem leeren Feld gesehen. Aber ich kenne die Karte mittlerweile gut genug. Achtung, er peitscht noch in die andere Richtung. Heil dich. Peitscht du. Roll. Achtung, ich sehe das nicht. Äh, okay. Er ist abgelenkt. Jetzt hat er schon gejault. Nee, Hilfe. Oh, eine ganze Horde hinter dir her. Die haben nicht lieb. Total. Ich will nicht, dass ich was für die abhaben will. Au. Gerade der Schlag musst du für mich wegtreten. Ich habe den Großer Giel hier betäuft. Das müssen wir hoch anrechnen. Jetzt kannst du weit auf den Läden. Nein. Oh, jetzt ist aber gerade irgendwie was nicht mehr zu gewinnen. Ja, bei mir. Bei mir auch. Uh. Ähm. Ich hoffe, ich höre jetzt Regen im Hintergrund bei mir nicht. Ziemlich laut. Nee. Ich höre nicht. Bitte. Ich heile mich mal. Ich dachte, der hätte einen zweiten... Heil du dich auch mal wieder. Oh. Wie gesagt, der Angriff... Oh, heil dich! Ah, Mann. Kinder. Wow, 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 wow. Ey. Wie gesagt, geh mal schnell in ein anderes Gebiet und heil dich hoch. Hier sind zu viele. Er geht eh gerade auf mich. Ja. Jetzt geht er wieder auf dich. Ich würde jetzt gerade eben nur ein bisschen kompliziert. die vierte. Weil... So, jetzt habe ich die Meute. Auch meine Ausdauer ein bisschen sehr... Ja, ich merke es. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Danke. Meine ist auch ziemlich... Futsch. Futsch. Ja, hier ist noch ein... Noch einer? Also, hier ist ein kleiner gewesen. Achso. Aber die Kleinen sind zum Glück nicht so schlimm. Schau mal, wie sehnt der mir her hin? So, ich bin jetzt auch wieder voll da. So. So. Sessen. Ja, wer kann ich... Oh, 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 oh. Äh. Okay. Einmal drauf, hau und tot. Mich nervt manchmal wirklich die Kameraführung, wenn das Hauptziel erfüllt ist. Dann kommt man nicht zum... Ja, schnell, schnell, komm her. Hier bei mir. Okay, dann halt die... Ich mach mal die... Genau. So, Großjaggie-Klau. Und da fuck will, nur so ein Tipp, kann man die Yaggies fernhalten. Da greifen die dich nicht an. Habt du alles? Ähm, nee. Ja, dann loote den noch. Ja, die ist ne Fall, ich will die... Fuck will, ich will die Sie. Werner? Jetzt hab ich ja nichts. Gut. Dann sind wir hier fertig, dann warten wir nur noch auf die Rückkehr. Yay. Ciao, ich lade auf. Komm weg. Once again. Ja, aber jetzt sieht man auch, der ist gar nicht so schwer. Jetzt haben wir ihn schon zu zweit gelegt. Da hatten wir vorhin doch auch. Oder nicht? Nee, da waren wir drei. Jägeran drei.